So, jetzt bin ich wieder da. Nö, 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 nö. Und jetzt bin ich wieder weg. Und wieder da. Wieder da. Und wieder weg. Nein, Spaß. So, weiter geht's. Wir waren ja hier in der letzten Runde da. Und jetzt kommt schon wieder so ein Scheiß-Auto. Ja, jetzt wird's langsam hier schwer, du. Jo, noch so die Kurve bekommen. Vielleicht bekommen wir noch die Jalapeño. Dann können wir noch vielleicht die Runde hier schaffen. Wenn nicht, dann haben wir Pesch. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen schwächen soll der ja auch. So. Es sieht nicht dabei so aus, dass wir auch die über die Viertausender-Grenze knacken. Leider nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Was ist das denn? Ein Baumholz, äh, Baumholz, sag ich schon. Ein Holzbaumstumpf, der brennt. Zündholz. Erbsen, die hindurchfliegen werden, zu Feuer bellen. Bäm, geile Matto. Da, da, ich wusste, dass da so heil sind, diese Delfin-Reiter-Zombie. Die sind heftig. Die gucken wir uns gleich mal im Lexikon nach. Noch nicht entdeckt, Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf-Zombies. Und es fehlen noch elf-Zombies, die wir entdecken. Malapeno, das, hm, das brauchen wir und das brauchen wir. Hm, die Kirsche geht auch zum Notfall, aber die können wir leider nicht kaufen. Jetzt habe ich eine geile Idee. Äh, Dings, ganze Reihe. Denn ich hier nun noch. Hier, warte, ich zeig mal jetzt meine neue Technik im Moment. Achso, hier, ja. Und da, Holz, wieder, äh, Erbsen, oder Erbsenshooter, Erbsenshooter, Stumpfholz und Mauern. So, das wird jetzt unsere neue Technik sein. Wir müssen uns das jetzt gut sparen, weil wir die Kirsche nicht haben. Das wird jetzt eine schwere Runde, finde ich. Das müssen wir jetzt mal richtig sparen, du. Wer kostet denn der 175, also auch sehr viel? So. Ey, das gibt es doch gar nicht sofort, so eine Jalapeño daneben schießen, dass es besser wirkt. Ich glaube, die Delfine können ja drüber springen. Das ist ein bisschen schlecht, aber, naja. Jetzt werden wir unsere Höhepunkte im Spiel haben. Höhepunkte, ihr wisst, was das heißt. Meine Fresse, ihr denkt nur pervers, ich schwöre. Höhepunkte der Frau, meine Güte, du. Ihr denkt nur was von, sowas von pervers, sag ich nur. Moment, rettet uns noch die Jalapeño. Moment. Jetzt sind das cool. Das sind Feuerbälle. Nimm den gleich mit. Eine Welle. So, jetzt wird die Welle. Das wird hier knapp langsam. Was können wir eigentlich hier schaffen? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, shit, ich habe so Schiss, ich glaube, scheiße, du. Hier müssen wir früh unsere Mauern jetzt setzen. Ach, du Scheiße. Das ist ja hier... Ne. Ach, du Kacke. Hier... Nein. Ich muss ihn jetzt nicht aufgeben. Die Jalapeño... Wir müssen hier erst mal unsere Mauer hinmachen. Seerose. Mauer. Können wir uns jetzt im Moment keinen Spaß erlauben hier. Bei einer Seerose, einer Jalapeño. Jetzt sind wir in wirklich einer kritischen Form hier. Wie ihr hier noch nie gesehen habt. Eine sehr kritische Form. Ich bitte, dass jetzt keine Delfine mehr kommen. Also, uns haben wir dann verloren, du. Ich lege hier schon mal Seerosen bereit. Oh, Mann. Aber hier wird es sehr früh sein. Sogar zwei. Jalapeño. 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 Komm, komm, komm. Das wird hier gut ausgehen, ne? Leck mich im Arsch. Scheiße, jetzt greift uns da noch eine an. Hier müssen wir also richtig aufrüsten. Also, hier müssen wir so übelst wie nie ausrüsten. Ach, du Kacke. Also, hier müssen wir uns wirklich jetzt gut ausrüsten. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Wir sind so am Arsch. Also, Jalapeño muss unbedingt bereit sein. Weil anders geht's nicht. Wollen wir jetzt... ...dieses machen, ne? Und dann noch so eine Jalapeño. So, ne? Wollen wir hier so machen? Bitte, bitte keine Delfine. Ach, du... Okay. Da wird's noch gehen. Und hier auch noch so... ...bisschen die Mauern hier hoch machen. Hier. Jetzt sind wir so am... ...ah, ah, 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 am Arsch, sag ich nur zu dieser Scheißwelle. Ich könnte uns auch die Jalapeño gut verlassen. Sie ist fast geladen. 175. Passt schon. So. Und die Jalapeño hat uns... ...kurses Leben gerettet. Einfach nur sag ich. Danke, Jalapeño, dass es dich gibt. Danke. Schreibt alle in den Kommentaren. Danke, Jalapeño. Was ist denn? Kartoffel oder was? Hochwolnuss. Massive Mauer, die nicht übersprungen... Oh, danke. Die nicht übersprungen werden kann. Ja, das hört sich schon mal gut an. Und es gibt keine Delfine. Das freut mich. Dich brauchen wir eindeutig. Dich brauchen wir. Ne. Dich, 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 dich. Und dich. Ja, los geht's. Zum Glück kann ich nicht übersprungen werden. Das freut mich sehr. Jetzt sind wir auch im neunten Level. Ich hoffe, das bekommen wir innerhalb noch den 10 Minuten so hin. Die zwei Level noch viel zu machen. Ich bin wieder so übelst aufgeregt. Weil die letzte Runde war fast vor der Katastrophe. Ich bin wieder. Brains 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 Meine Sonne zack. Bäm. Was? Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich 150 für nix geopfert. Echt? Was könnte mir vielleicht einer sagen? Ach, komm schon. Nein. Viel Spaß bei der Franz. Hatte dir viel Spaß? Das freut mich aber sehr. Das ist gar nicht mal hier so richtig aufgebaut. Schon fangen mir hier die ersten hier so an. Nein, ich treine nicht. Ja, du kannst dich gar nicht fassen. Ja, fahr um. Ja, toll. Jetzt brauch ich die Hala-Pen-I-O. Oder die hier. Die wir auch ganz gut. 125. Oh. Komm schon. So. So. Ähm, ja. Hier haben wir nix aufgebaut. Was sagt überhaupt die Zeit? 17. Hm. Das wird knapp mit dieser Runde. Aber sehr viel knapp. Sehr, sehr knapp in dieser Runde. Ich hab nämlich so wenig Geld wie noch nie zuvor gehabt. Wie, was bringt mir das? Wenn das nix bringt. Was ist das für ne Verarsche? Echt, ey. Dann schaffen wir. Zack. Ach, leck mich doch. Ach, du Scheiße. Leck mich doch so. Werde ich diese Runde sehen? Wenn ich diese Runde überhaupt überstehe? Heeeeee. Alla-Pen-I-O. So. Das nächste seht ihr in der anderen Runde. Das wird langsam hier mir zu. Hu, heiter. Also bis zur nächsten Runde. Und ja, bis gleich.